Und mir scheint auch tatsächlich, dass diese Herrschaften, die sich dort in den Konzernen überhaupt keine Gedanken machen, offenbar darüber, was sie anstellen, im Grunde das Gefühl haben, es gäbe noch einen anderen Planeten, auf den sie dann eines Tages mit ihren Familien, Kindern und Kindeskindern hinreisen können. Ich kann Ihnen versichern, es gibt keinen anderen Planeten, den wir in naher Zukunft erreichen können. Wir schaffen es nicht mal auf den Mond zu fliegen. Wir schaffen es nicht mal auf den Mond zu fliegen. Wir schaffen es nicht mal auf den Mond zu fliegen.